jetzt sehen wir auch endlich mal was in den gelben drin ist ok dick waffen in den gelben drin sehr dick für waffen ich will es nicht lang anhalten es kann ja sein dass einer hinter mir ist rocket launcher eine gute febi für romu ich glaube die kann ich da auch nicht reinladen geht nicht ich gehe das risiko weiter und nehme mit was ich kriegen kann leider ist die wahrscheinlichkeit natürlich hoch dass ich jetzt gleich abgefahren werde und alles verliere es kostet nicht mal viel die kostet deutlich mehr als die hier ist gut aber ich muss jetzt gerade ein bisschen bisschen all in gehen ein bisschen aufholen sage ich so gerne jetzt gehe ich aber glaube ich erst mal wieder nach hause offenlegt nämlich ach nee das ist wieder so ein kack drop vom bieten wieder was jetzt wieder angezeigt ich wollte gerade schon wieder beschweren habt der schon mitgekriegt jetzt lasse ich ihn mal weg ich meine der ich bin ja doch nicht ich gehe trotzdem gucken was das für einander ist ich glaube das ist hier so ein orangen gelber das ist auch ein gelber glaube ich ich weiß diesen bayerziger gleich weit weg und er ist oben der ist auf jeden fall safe da dem muss ich gleich gucken ach ja wieder dick waffen was sogar bessere noch als aus dem mit kringel ob das jetzt vielleicht zu greedy ist den auch noch zu holen ich hoffe mal nicht ach klar dankespiel okay jetzt müssen wir zur base ein bisschen abstand gewonnen gute flinte der kleine meinte damit drücken glaube ich wir haben jetzt dann also das w 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 was auch alles durch geschmolzen guck mal an holz ja das braucht lange aber ich habe jetzt habe noch keine handschuhe aber ich brauche ja einen guten helm mindripe habe ich eine gute fabi habe ich ich mache das gleich mal kurz in suicide ich will mal gerne zum grünen obi und mal gucken und dann gerne mal schauen wie viele leute im so online sind ist jetzt auch spät am abend bei mir dann wird schon ein uhr nachts ich will auch ungern super lang machen heute denn dann geht man rückwärts wieder komplett kaputt und das will ich nicht 88 leute auf gen 2 sieht man ja mal was meter ist nach scheiße 88 stück werden ja auch nicht viele sein ich brauche mir fast schon keine gedanken machen dass ich da gehyped werde fast keine gedanken schmilzt schon recht schnell ich werde weiter für die drops gehen ich glaube es lohnt sich schon vielleicht gehe ich mal einen oder anderen roten je nachdem wie schnell ich da bin aber auch lila blau grün bringt ja alles was in der aktuellen situation mit farmen wie das hier momentan nichts links ist hier so ein kack drop ich glaube der vor den hinten ist sogar ein roter da werde ich hinfliegen ich habe gerade bei den ländern gesehen dass da einer runtergegangen ist 7 der punkt ich habe die drop geschwindigkeit von den haben wir nicht vorgeschlagen vielleicht haben sie verschneller hat aber das macht ja keinen sinn ich habe ja vorhin schon darauf gewartet leider kann ich müssen armor mitnehmen ich hatte gerade keinen bären gelandet jetzt mal Richtung rot ein tech bow habe ich sogar gekriegt ich bin mal einmal einsetzen können ich bin ja nicht der einzige sein der die meisten sind zwar auf genesis aber immer noch bekannt dafür dass es hier super viele red drops gibt island klar ist dafür bekannt dass es wie heißt es klein ist man deswegen da gut dropshand mit an tagleggins nehme ich Scheiße, komm mal aus. Was lag ist denn hier auf mal? Dass die Throne uns weg sind, weil die nocken mich sonst. Ich glaube, mein RIP versagt. Wie viel halten die Viecher aus? 200. 200. Ich glaube. Schauen, was habe ich jetzt gerade gekriegt. Ach, so ein Tech-Pistol. Den kann direkt in den Müll. Okay. Da ich jetzt gerade keine großartigen Drops mehr sehe. Der ist mir zu gelb. Der fährt jetzt einen Drecks-Halloween-Drop. Ein grüner, der geht natürlich noch mal Ressourcen. Oh, RIP. Ist aber okay. Bin ich low? Ach komm, er hat die RIP auch wieder recht. Perfekt. Ich finde es so lange dauert, bis ein bisschen Stamina regeneriert. Gut. Ich bringe jetzt die ganzen Stuff nach Hause. Und werde dann ausloggen. Morgen dann weitermachen. Es bringt nämlich jetzt heute Abend nichts mehr. Es ist zu spät. Ich bin nicht mehr ganz fokust. Es war jetzt gut, dass ich noch ein paar Drops geholt habe. Und hoffentlich sind die Sachen einfach morgen noch da. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.